Moin moin Leute und herzlich willkommen zur wöchentlichen Schatzkammeröffnung. Wir haben Mittwoch, den 14. September 2022 und das heißt für uns, mal wieder die Schatzkammer zu öffnen. Und zwar habe ich letzte Woche ein 30er Krimgleis-Depot erfolgreich in-time abgeschlossen. Deswegen sollte da jetzt ordentlich Loot drin sein im mythischen Bereich. Also im Raid habe ich leider nur einen Boss geschafft, weil ich für die anderen Bosse zu schlecht war. Aber ja, so ist das. Die Welt wartet, ja. Wenn ihr Weltquests macht diese Woche, könnt ihr diese Quests natürlich gerne annehmen. So, und dann gehen wir hier rein. Beute für die Spezialisierung Feuer wird erzeugt. Mal gucken, was es heute so Schönes hier gibt. Wir haben hier folgendes und zwar den Mechagon-Ring. Wenn ihr ein Ziel heilt, dessen Gesundheit unter 50% liegt, dann kriege ich das und das. Ähm, ja, das ist leider schade. Es ist für Heiler ganz gut. Für mich persönlich jetzt nicht so gut, vor allem weil da auch Crit drauf ist und Tempo ist Schrott für einen Feuermagier. Und dann haben wir hier einen Rücken. Bringt euch einmal pro lange Ruhepause zurück zu eurem Heimatort. Herz des Waldes, also Night Fae, wo mein Ruhestein halt gesetzt ist. Sprecht mit einem Gastwirt an einem anderen Ort, um euren Heimatort zu ändern. Dann einen Tag Abbringzeit. Ja, auch das eher schwierig. Und dann haben wir hier noch, ähm, Tempo-Meisterschaft. Und den Bonus fügt ja ein Gegner in der Nähe 2165 Naturschaden zu. Auch dieser Ring ist relativ schmutz. Gut, ich hab das Ganze mal schnell gesimpt. Und hier sehen wir, dass ich den Ring nehmen soll, der mir dann plus 121 DPS bringen würde. Aber ich würde so viel Vielseitigkeit verlieren und da ich 4 M Plus spiele, macht das für mich wenig Sinn. Und, ähm, ja, diese zwei Ringe zu tragen wäre absoluter Troll, weil diese, äh, Werte darauf, diese Special-Effekte sind wirklich auch, ähm, schlecht. Und sind halt nicht die besten, wenn es die besten wären, dann vielleicht. Aber es sind halt irgendwelche Schmutzdinger, die ich nicht brauche. Also macht das für mich wenig Sinn. Und dann hab ich das Ganze nochmal gesimpt, ähm, wenn ich wieder zwei Sockel nehme. Und da sehen wir, eh, das würde mir plus 136 DPS bringen. Und das nur plus 121 DPS, abgesehen davon, dass es eh Schmutz ist. Ähm, und dementsprechend ist es bei mir wieder so, dass ich hier wieder die Sockel nehmen werde. Und, äh, dann ist gut. So, da sind wir wieder bei der Schatzkammer. Und zwar ist das hier alles leider Gottes Schmutz. Und dementsprechend müssen wir das hier unten auswählen. Und bekommen hier sogar einen 30er-Mythos-Schlüsselstein. Mal gucken, welcher Dungeon. Hoffentlich ein guter. Tazavesh-Soleas-Schachzug. 30. Uff. Ja, ist okay, wobei es natürlich eklig ist mit Boshaft, Nekrodisch und so. Diese Murlocs. Ist schon, äh, ein bisschen nervig. Aber naja, gut. Besser als, äh, oberes Karasan zum Beispiel. Und, äh, dann kauft man sich hier die Sockel, ne? Direkt zwei. Und dann bin ich jetzt auch schon fertig mit den Sockeln, ne? Weil jetzt habe ich nichts mehr, was ich sockeln kann. Ihr sehen könnt, habe ich schon auf dem Gürtel einen Sockel, auf dem Armschienen-Sockel, auf dem Halsen-Sockel, auf dem Kopfen-Sockel. Ähm, und ja, die Schatzkammer gönnt aktuell einfach nicht. Das ist schlecht für mich. Aber wahrscheinlich gut für euch, weil ihr bekommt bestimmt immer richtig sicke Sachen daraus. Und ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon wieder von der wöchentlichen Schatzkammereröffnung. Relativ enttäuschend, schade für mich. Aber schreibt mir gerne mal eure Schatzkammerbelohnungen in die Kommentare. Ich hoffe, ihr hattet mehr Glück. Haut da rein. Wenn es euch gefallen hat, gerne noch ein Like da lassen. Wenn ich da nicht, ciao, ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018